servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja im heutigen video geht es um den film wo boy ich habe ja schon seit ewigkeiten das media book hier wie man sehen kann damals beim müller gekauft ich zeige euch das ganze mal hier aus dieser perspektive hier oben haben wir sogar noch das preisschild mittlerweile wird man oder wird einem das media book ja fast schon hinterher geschmissen kann man wirklich so sagen ich halte mir die rückseite hier schon etwas näher rein dann könnt ihr euch die inhaltsangabe durchlesen sowie die technischen daten ich komme ein stück noch ein bisschen näher so schaut das ganze aus und dazu hat mich jetzt eigentlich die liebe jenny getrieben meine liebe kollegin die ja von dem film schwärmt und den zweiten teil sehen wollte ihn aber leider verpasst hat und so kamen wir zuletzt wieder ins gespräch bei einem live stream und mir diesen film empfohlen hat und einige von euch haben gesagt mensch mann was da los den film musst du definitiv mal angucken also gesagt getan das war so der nötige arschtritt den ich gebraucht habe um mich endlich mal diesen film zu widmen ich wollte eigentlich warten bis zum hot oktober aber bis dahin ist es einfach ein tick zu lang das media book ich sehe es jetzt hier schon wow hat eine richtig mega geile oberfläche was ist denn hier los also richtig nice ich halte jetzt mal hier noch mal rein so schaut das gute stück aus und wenn man es seitlich so hält ich weiß nicht ob man die oberfläche so sieht ich komme ein stück näher das ist so eine raue oberfläche fühlt sich auf jeden fall sehr sehr wertig an ja mal gucken da ist sogar eine silber folierung hier auf den schriftzug drauf kommt echt gut und so von unten dann haben wir hier die rückseite auch hier der schriftzug mit so einer silber folierung ja und hier unten ein haus und wenn ich so leicht schwenke dann sieht man wie das so ein bisschen glänzt seht ihr das so und dann können wir hier vorne noch mal so dann seht ihr diesen effekt beim schriftzug also sieht auf jeden fall schon mal richtig nice aus dann würde ich sagen legen wir das ganze hier mal hin in der ego perspektive schlagen es auf und gucken uns die inneren werte an das ist ein bisschen minimalistisch gehalten hier vom design her also hier wurde sich nicht besonders kreativ ausgetobt aber ich hoffe ich sehe jetzt nicht schwarz für den film hier haben wir den innen druck kann man auch nicht großartig sagen ein bisschen was von innen design ein paar sprüchen und hier geht es dann weiter mit dem booklet lasst mich nur ganz kurz die disk wieder einlegen das ganze hier ist auch matt gehalten aber sehr scharf vom druck her wo die blätter sind auch richtig dick fühlt sich auf jeden fall sehr wertig an jetzt lasst mich hier noch mal schnell spicken ich kann hier nichts erkennen an kleberesten also es könnte eingetackert sein wir werden mal in der mitte noch mal einen blick drauf werfen hier geht es aber zur sache meine güte da hast du aber text sehr schön verziert hier das gefällt mir sehr gut auch hier das bild in der mitte und wie der text hier so entlang gel entlang geht entlang geld was hab denn ich mit gel jetzt kommt mir haar gel ins gedächtnis also es geht schon los mit den ersten mysteriösen sagen es ist wahnsinn so hier haben wir die puppe hier haben wir viel text auch sehr schön gelöst also ich finde den mix super und hier können wir es toll erkennen das ist wahrscheinlich die seiten vom booklet und hier ist es reingetackert nochmal also kann man ganz gut erkennen finde ich aber cool weil so hat man keine klebereste und die genähten booklets ich muss es leider sagen da sind mir schon ein zwei ausgefranst also am anfang war ich da immer sehr begeistert davon weil es halt edel aussieht aber praktisch sind sie eigentlich eher weniger vor allem umso länger die zeit einher schreitet dann geht es hier weiter im text und auch mit tollen bildern auch das hier super geile farben und auch mega scharf vor allem das porträt hier wahnsinn hier das auge du kannst auch die augenwimpern alles mit zählen und hier kannst du eigentlich jeden pickel und sonst was erkennen alle haut unreinheiten also echt mega top qualität kann man nichts sagen und hier wieder hier text und bild also vom media book her ist das echt super gemacht hier haben wir noch ein paar sprüche das war die dvd so meine lieben freunde und jetzt geht der manuel zum fernseher legt die disk ein und dann wird er sich den film angucken und danach sehen wir uns hier wieder zur review bis gleich nur ein paar wochen später nach dem unboxing sehen wir uns endlich hier wieder zu meiner kleinen kurz kritik zum film the boy ja hat ein bisschen gedauert bis ich ihn endlich sehen konnte aber jetzt rechtzeitig vor dem blu-ray release des zweiten teils habe ich ihn mir dann doch ansehen können und ich muss sagen gott sei dank kommen wir noch ganz kurz zu der inhaltsangabe von the boy ich lese das mal hier vom blatt ab kennst du brahms brahms ist der achtjährige sohn von mr and mrs hellshire und er fordert ganz besonders liebevolle aufmerksamkeit und zuwendung die soll er künftig von der jungen amerikanerin greta erhalten die als seine neue nanny einen strikten regelkatalog erhält aber auch der kann sie nicht ansatzweise auf das vorbereiten was sie bei arbeitsantritt in dem unheimlichen herrenhaus wirklich erwartet brahms ist eine porzellanpuppe was greta zunächst für einen geschmacklosen scherz hält lässt nach verletzung einiger regeln jedoch nur einen schluss zu die puppe führt ein furchteinflößendes eigenleben so viel mal zur kurzen inhaltsangabe kommen wir zu den schauspielerinnen schauspielern wir haben hier in der hauptrolle lauren cohen bekannt aus the walking dead ansonsten haben wir das elternpaar von unseren brahms dann haben wir noch einen lebensmittellieferanten einen jungen mann und einen ex freund von unserer lauren cohen die hier im film miteinander auftreten allen voran lauren cohen macht ihre sache sehr gut sie spielt ihre rolle gut sie spielt ihre rolle glaubhaft auch die angst spiegelt sich sehr gut in ihr wieder als sie da dieses haus erforscht während sie alleine mit brahms ist und dann ein paar mysteriöse sachen passieren auch zum schluss gibt es so einen kleinen twist der zu überraschen weiß und auch da spielt sie alles sehr überzeugend hat mir gut gefallen dieses ältere elternpaar ist nur kurz zu sehen aber spielt auch sehr solide und glaubhaft und so ein bisschen mysteriös der lebensmittelhändler der da immer die lebensmittel bringt und mit dem unsere hauptdarstellerin hier ein bisschen anbandelt ist auch recht sympathisch und der ex freund hier von ihr spielt so einen richtigen dreckskerl auch der kommt sehr glaubhaft rüber kommen wir zur inszenierung das ist das ganz große plus an diesen film bis auf eine ausnahme der film ist stylisch von den bildern sehr gut gemacht schönes spiel mit licht und schatten schöne kamera fahrten ab und zu werden wir auf die falsche finte gelockt das gefällt mir sehr gut vom bild look also von der bildkomposition ist das ganze absolut hervorragend gemacht das einzige was ich bei der inszenierung dann doch etwas bemängeln möchte das ist der ein oder andere jumpscare der einfach zu viel drin ist in diesem film da hätte man vielleicht auf einen oder anderen verzichten können dann wäre es okay gewesen ich sage nichts wenn ab und zu mal einer ist aber hier waren dann doch zwei drei die mich dann doch ein bisschen gestört haben und auch rausgerissen haben aus dem film weil die meisten hast du dann eh schon bemerkt okay jetzt kommt ein jumpscare manchmal ist es so wenn er gut gemacht ist dass du weißt jetzt kommt ein jumpscare pass auf und dann kommt einer und du erschrickst trotzdem bloß hier war es dann so okay jetzt kommt gleich wieder ein jumpscare kommt ein jumpscare und das hat irgendwie die stimmung bei mir dann ein bisschen getrübt aber nur ein bisschen weil ansonsten ist er echt super spannend inszeniert baut das ganze auch toll auf bis zu einem meiner meinung nach echt tollen finale wo es dann auch nicht gerade zimperlich zugeht die lauflänge von 96 minuten oder 98 minuten die ist eigentlich recht schnell vorbei weil das ganze eben ja spannend inszeniert ist und man möchte wissen wie es weitergeht und man fiebert regelrecht mit und dann bei der auflösung ist man doch also ich zumindest ja ein bisschen erstaunt gewesen müsste ich jetzt eine punkte vergabe geben natürlich muss ich es ist ja eine review und kritik dann würde ich wobei teil nummer eins hier aus dem jahre 2016 doch ja trotz diesen ein zwei jumpscare zu viel was aber auch das einzige ist was mich an den ganzen film gestört habe und das ist dann relativ wenig im gesamten gesehen dann würde ich wobei wirklich acht von zehn punkte geben er hat mich echt überzeugt er war spannend es war toll ich fand es am ende echt schade dass ich so lange gebraucht habe den film zu sehen und kann es jetzt wirklich kaum erwarten endlich auch den zweiten teil zu sehen ich hoffe euch geht es genauso und ihr schaltet spätestens dann wieder ein wenn es ein media book unboxing gibt wenn es meine review zum zweiten teil dazu gibt das wird es diesmal recht zeitnah geben und dann soll es auch noch ein gewinnspiel geben also liebe freunde schaut vorbei wenn es wieder heißt servus liebe filmfreunde in diesem sinn danke fürs zugucken bis zum nächsten mal und servus